Willkommen zurück bei Let's Play Dungeon Country. Ich befinde mich hier beim Alt-Ostratur-Rust. Haha, Pech gehabt. Man muss mich hier mit komischen Club-Traps abgeben, die anscheinend gleichzeitig springen, laut Game Position. Die dann springen, wenn ich ausspringe. Das finde ich komisch und auch etwas gefährlich. Und es ist nervig. Besonders nervig, laut Game Position. Okay. So kommen sie austricksen. Ansonsten muss man einfach ganz knapp springen. Ganz knapp. Ich mach mal lieber so, laut Game Position. Warte, ich mach das Fenster doch wieder runter, ist jetzt egal, wenn ihr es seht. Okay. Gut. Okay. Hier komm ich ja noch vorbei. Ich hab mir... Hallo, ich springe ganz knapp. Ich springe ganz knapp. Wie soll ich denn sonst das hinkriegen? Und rüber. Rüber. Genau. Runtergesprungen. Ganz toll. Ganz toll. Das ist jetzt wieder ein super Spaß. Wie soll ich das machen? Hä? Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Die normalen Klapptraps sind schon gemein. Die normalen. Aber die hier. Keine Ahnung. Das sind so springende Klapptraps. Und da. Wie soll man da... Wie... Game Position. Da. Wie soll man da vorbeikommen? Wie? Sagt mir das bitte mal einer. Ahaha. Achso. Aha. Okay. Ich sehe nichts. Hm? Was kommt? Zwischenspeicher. Ole, ole. Zwischenspeicher. Augenblick mal... Zuerst. Zwischenspeicher. Na toll. Du... Du Arsch. Ach, den kann man rollen. Ach, den kann man rollen. Okay. Ich brauche... Na toll. Na toll. Hahaha. Hm. Alt-Ostratus. Keine Ahnung, was der Name heißt. Ich weiß es nicht. Ganz knapp hier wieder. Ich mag den Level nicht. Aber da... Warum waren die Nebelminen so leicht? Warum waren die Nebelminen so leicht? Hm. Ich... Ich hab mal wo gelesen. Bei Let's Playern. An der Regel. Wenn was Blödes passiert. Gib dem Spiel die Schuld. Nein, das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Wenn einer schuld ist, dann ich. Ich bin hier der Spieler. Das Spiel kann doch nichts. Das Spiel kann hier überhaupt nichts. So. Kommt da was? Ich hab aber Angst. Oh. Äh. Necki. Verdammt. Ach du liebes... Wie hab ich das... Licht an. Das ist sicher... Äh. Warum kennen die Speicher? Das ist doch... Das ist doch nicht zu fassen. Hm. Also, das ist wirklich ein sehr komplizierter Level. Okay. Äh. Irgendwo war ein... Necki, wenn ich mich nicht irre. Das war kein... Decay-Fass. Blöder Necki. Blöder, 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 blöder Necki. Also, die kann ich beschimpfen. Wenn mir... Wenn etwas Blödes passiert, dann sind es die Tiere. Neckis. Klapptrapps. Was weiß ich. Kremlins. So, weg mit dir. Mann. Na? So, gut. Hahaha. Ausgewichen. Gut. Ich... Ich muss mich grad rauspern. Dafür ist also das Fass. Hä? Na toll. Gut. Also, eigentlich wäre das Fass, glaube ich, dafür gedacht, dass man... Hm? Dass man hier den Necki dann erwischt. Okay. Okay. Blöd. Was ist das? Hm? Okay, ich bin konzentriert. Nein, oder? Okay. Ganz ruhig. Oh. Mein Gott. Ockly Kong. Du bist... ...widerlich. Ey, du bist widerlich, Ockly Kong. Weißt du das? Das ist ein einzig widerlicher Level. Ein einzig widerlicher Level. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, ein einzig widerlicher Level. Oh, Mann. 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 So, jetzt. Oh. Halt doch die Fresse. Das meine ich wirklich. So, also ich nehme das Fass. Und mach damit den Necki kaputt. So läuft das. So muss es laufen. Okay. Den kann ich ausweichen. Okay, 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 okay. Haha. Gut. Gut. Ich mach mal... Ich warte auf den richtigen Moment. Okay. Oi, oi, oi. Langsam hier. Greifen. Greifen. Ich hab gute Augen. Gut. Okay, 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 okay. Okay. Ich hätte rollen sollen. Ich hätte rollen sollen. Warum habe ich mir keinen Save-Point gesetzt? Warum habe ich mir keinen Save-Point gesetzt? Das war erst vor dem Speicherfass. Äh, Save-Game-Position. Wenigstens 20 Leben. Okay. Ich versuche jetzt noch einmal weiter zu kommen. Gut. Denn so schwierig kann die Sache doch nicht... So, jetzt. Aber so macht man das. Erst nach links. Und dann nach rechts. Okay. Mache ich eben halt so weiter. Äh. Äh, Mann. Tätim. 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 Okay. Hier stoppe ich. Mach dann einen Save-Point. Und mach beim nächsten Part weiter. Das ist sowas von schwierig, schwierig, schwierig. Oh, Mann. Ich muss mich wirklich konzentrieren. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, euer 93 Drobo. Tschüss und schönen Tag. Okay. Okay.